Du erwachst aus einem tiefen erholsamen Schlaf, fühlst dich ausgeruht und könntest Bäume ausreißen. Doch da fällt dir ein, dass du dort, wo die Reise heute hinführt, keine Bäume mehr finden wirst. Es geht ins karge Gebirge, dem Gipfel entgegen. Auf deinem Weg werden dir hier und da einige Büsche begegnen, ansonsten wirst du nur Felsen, Steine und Geröll auf deinem Weg finden. Du wirst eine wunderschöne Aussicht haben, aber gleichzeitig birgt jeder unkonzentrierte Schritt die Gefahr abzustürzen. Dir wird ein wenig mulmig zumute, aber gleichzeitig fühlst du diesen unumstößlichen Willen und spürst die Kraft und Energie, die dich durchströmt. Du stehst auf, reckst und streckst dich und bemerkst, dass du nicht mehr den massigen Körper eines Bären hast. Du hast die kraftvolle Gestalt eines Steinbocks angenommen. Nachdem du dich noch einmal in der Höhle umgeschaut hast, verlässt du die Höhle und trittst ins Freie, wo du bereits von den Bären und deinem heutigen Begleiter, einem stattlichen Steinbock, erwartet wirst. Du blinzelst im hellen Sonnenschein und grüßt beide mit einem freundlichen, aber bestimmten Kopfnicken. Dein Kraftbegleiter begrüßt dich mit einem genauso bestimmten Kopfnicken und sagt zum Bären, nun es scheint, der Lichtarbeiter hat auf seinem Weg schon einiges gelernt und deine Lektionen über Bodenständigkeit, Ruhe und Gelassenheit haben auch gefruchtet. Selbstvertrauen scheint er auch zu haben. Somit ist schon einmal das Fundament für unseren Aufstieg gelegt. Wenn er nun noch die nötige Umsicht beweist, kann es eine schöne Tour werden. Zu dir gewandt, meint er dann. Lass uns mit dem Aufstieg beginnen. Folge mir und achte auf meine und deine Schritte. Wenn du meinen Schritten aufmerksam folgst, wird dir nichts geschehen. Ich bin bei dir und wenn ich zu schnell sein sollte oder du Fragen hast, sprich mich sofort an. Ich werde dir dann meine Schritte und auf was du achten musst erklären. Mit der Zeit wirst du mir ohne Schwierigkeiten und ruhigem Gewissen folgen. Er nickt den Bären noch einmal freundlich zum Abschied zu und wendet sich ab, um Richtung Felswand zu gehen. Auch du verneigst dich zum Abschied noch einmal vor dem Bären und folgst dem Steinbock neugierig. Der Aufstieg beginnt und anfänglich ist es nur noch ein Trampelpfad, dem ihr folgt. Dieser ist noch ziemlich breit, dass ihr gemütlich nebeneinander den Berg hinauf schreiten könnt. Im Laufe der Zeit wird der Weg jedoch schmaler und die Landschaft karg und unwirklich. Du folgst dem Steinbock, der gemächlich voranschreitet und den Weg aufmerksam beäugt, bevor er seine Hufe aufsetzt und das Gestein belastet. Du beobachtest ihn aufmerksam und nach kurzer Zeit erkennst du auch die Gefahren, die vom lockeren Geröll oder instabilen Felsen ausgehen. Ab und an befragst du den Steinbock auch noch mal, warum er welchen Schritt gemacht hat oder er einen scheinbar leichteren Weg nicht einschlägt. Er antwortet dir immer ruhig und erklärt dir freundlich seine Beweggründe. Plötzlich wendet er sich zu dir und fragt dich, ob du einmal die Führung übernehmen möchtest. Du überlegst kurz, ob du diese Herausforderungen annehmen und die Verantwortung übernehmen möchtest. Dein Selbstvertrauen lässt dich diesen Schritt wagen und an einer etwas breiteren Stelle des Weges übernimmst du die Führung. Auch du beäugst den Weg genau und erkennst, dass dir Gefahren sofort ins Auge fallen und du die Schritte immer genau abwägst. Ebenso gelingt es dir, die Abstände zwischen den Felsblöcken genau abzuschätzen, wenn der Weg einmal nicht weiterführt und ihr von Felsblock zu Felsblock springen müsst. Bei einer kurzen Rast erkennst du den bewundernden Blick deines Begleiters. Ich sehe, du hast eine gute Auffassungsgabe und dein Selbstvertrauen ist so groß, dass du diese schwierigen Momente genau richtig eingeschätzt und du die diversen Herausforderungen ohne große Probleme gemeistert hast. Dein Blick ist klar und so siehst du den rechten Weg, der dir bestimmt ist. Du hast keine Angst, den geraden Weg zu verlassen und dann doch für andere unverständlich und als Umweg angesehen, dein Ziel zu erreichen. Du zeigst Umsicht, Bodenständigkeit, Mut, Freude und vor allem Beharrlichkeit und wirst so mit einem weisen Blick von oben herab den höchsten Gipfel erklimmen. Ich sah ab und an deinen inneren Kampf, wenn der Weg schwierig wurde, aber dein Wille siegte und ein Aufgeben von dieser Herausforderung war nie ein Thema. Ich werde nun die Führung wieder übernehmen, da du bewiesen hast, dass du bereit bist für die nächste Etappe deines Weges zur Quelle der allumfassenden Liebe. Du hast erkannt, dass der Weg das Ziel ist und du dieses Ziel, also den Weg, nie aus den Augen verlieren darfst. Auch erkennst du die Gefahr des scheinbar leichteren, aber dafür in den abgrundführenden Weg. Dir ist keine Anstrengung zu schwer, um den rechten Weg zu erkennen und zu betreten. Nach diesen Worten übernimmt der Steinbock wieder die Führung und es geht den Berg hinauf in Richtung eines großen Wasserfalls. Vor diesem endet der Pfad. Du schaust dich um und suchst eine Möglichkeit, weiter in Richtung Gipfel zu gelangen. Der Steinbock beobachtet dich interessiert und du bemerkst ein Lächeln, welches seine Lippen umspielt. Er schaut dich an und fragt, der Weg ist hier scheinbar zu Ende. Ist das das Ende deiner Herausforderung? Bist du am Ziel oder was machst du nun? Du schaust dich nochmals um und beäugst den Wasserfall genau. Hierbei siehst du einen durch die Gicht des herabfallenden Wassers verdeckten breiten Gang. Du lächelst den Steinbock an, nimmst Anlauf und springst durch den Wasserfall hindurch in den breiten Gang. Dort machst du einige Schritte in den Gang hinein und Sekunden später erscheint auch dein Begleiter im Sprung. Er nickt dir zu und meint, ich glückwünsche dich. Du hast eine gute Beobachtungsgabe und vor allem Mut, Selbstvertrauen und Vertrauen in die Energie, die uns alle umgibt. So ein Sprung ins Ungewisse erfordert Mut, aber auch eine gewisse Sturheit, dem unsichtbaren Weg zu folgen. Du bist bereit für unseren letzten gemeinsamen Abschnitt. Ihr folgt nun gemeinsam dem Gang und nach einigen Windungen verbreitert sich der Weg, so dass ihr nebeneinander den Weg folgt und schlussendlich in einem weitläufigen Talkessel gelangt. Ihr müsst euch zuerst an das helle Licht der hell scheinenden Sonne gewöhnen. Danach siehst du dich in diesem Kessel um. Du bist überwältigt von der Schönheit der Natur, die dich umgibt. In dem lichtdurchfluteten Talkessel siehst du grüne Wiesen, Bäume, Büsche und wunderschöne Blumen. Auch siehst du viele Tiere, die hier friedlich gemeinsam leben. Durch den Kessel fließt auch ein schmaler Bach, der als Tränke für die Tiere dient und das Tal bewässert. An diesem Bach erkennst du ein Lagerfeuer, an dem eine ältere Frau mit indianischer Tracht sitzt. Die Haare der Frau sind grau und einige lilafarbene Strähnen durchziehen das Haar. Du schaust den Steinbock fragend an und er antwortet dir, dies ist Misaina Himana. Diese Schamanin erwartet dich bereits. Er geht mit langsamen Schritten auf die Schamanin zu, die Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt. Du folgst ihm und bemerkst, dass du deine menschliche Gestalt wieder angenommen hast. Die Schamanin schaut auf, erblickt euch und du siehst in ihre Augen. Bei jedem Schritt verstärkt sich das Gefühl, nach Hause zu kommen. Es fühlt sich so an, als ob du in die liebevollen Augen deiner Mutter oder Großmutter schaust. Misaina Himana erhebt sich und empfängt dich mit offenen Armen. Sie umarmt dich liebevoll. Dir wird so warm ums Herz, dass dir Tränen der Freude über die Wangen laufen. Auch die Schamanin hat Freudentränen in ihren Augen. Nach der Umarmung schaut sie zum Steinbock und spricht mit leiser, melodiöser Stimme. Ich danke dir, Meister Spitzhorn, dass du diesen Lichtarbeiter zu mir gebracht hast. Da ihr beide vor mir steht, weiß ich, dass er alle Stationen seines Weges gemeistert hat. Er hat eine große Entwicklung durchgemacht und sein Wesen und seine Einstellung zu allem, was ihn umgibt, hat sich verändert. Ich bin stolz, dass er die Herausforderung der Quelle der allumfassenden Liebe angenommen und gegen alle Widrigkeiten gemeistert hat. Folgt mir zum Lagerfeuer und ruht euch ein wenig aus. Gemeinsam geht ihr zum Lagerfeuer und setzt euch an die wärmenden Flammen. Du schaust dich nochmal um und bewunderst die Schönheit, die euch umgibt. Du fühlst die Liebesenergie, die allem inne wohnt und bemerkst auch, mit welchem Respekt die hier lebenden Tiere miteinander umgehen. Es fühlt sich alles so heimelig und wohl an. Ihr sitzt still beieinander und genießt den Moment. Kurze Zeit später erhebt sich der Steinbock. Nach einer herzlichen Verabschiedung schreitet er stolz in Richtung Felsengang und verschwindet zwischen den Felsen. Du fühlst dich sehr wohl, kannst aber die Anstrengung des Weges spüren. Die Schamanin spricht zu dir. Lege dich ans Feuer und mache ein Nickerchen. Es wird dich stärken. Sie macht eine einladende Geste zu einem Lager aus bunten Decken. Du legst dich nieder und kaum hat dein Kopf die Decken berührt, bist du auch schon selig eingeschlafen. In einem Traum siehst du deine Etappen auf deinem Weg zur Quelle der allumfassenden Liebe. Du erinnerst dich an die verschiedenen Krafttiere, die dich begleitet haben und auch an den Engel und an die Bewohner aus Atlantis. Du erinnerst dich an Horus und verinnerlichst auch noch einmal das alte Wissen, das du auf den verschiedenen Etappen wiedererlangt hast. Dein neues, altes Wissen über die Zusammenhänge in der Natur, über die verschiedenen Energien, die uns umgeben und mit denen wir eins sind. Die Liebe, den Respekt, das Mitgefühl, die Energie, die allem und jedem inne wohnt. Die Energien, die leider einige vergessen haben oder auf der Suche nach ihnen sind. Als du wach wirst, ist es dunkel und das Lagerfeuer flackert hell. Misai Naimana sitzt dir gegenüber und lächelt, als sie erkennt, dass du wieder wach bist. Sie reicht dir kühlendes Quellwasser für deinen Durst und Früchte, Beeren, Wurzeln und einen Salat aus den Pflanzen der Umgebung für deinen Hunger. Nachdem du dich gestärkt hast, sitzt ihr schweigend zusammen und schaut in das Lagerfeuer. Plötzlich sieht Misai Naimana dich unvermittelt an und beginnt zu sprechen. Geliebtes Kind der Quelle, du hast einen langen Weg bis hierhin hinter dich gebracht. Du hast Unwegsamkeiten und Gefahren gemeistert. Teilweise bist du über dich hinausgewachsen und hast Dinge getan, die du nicht für möglich gehalten hättest. Du hast eine große Persönlichkeitsentwicklung hinter dich gebracht und bist aus eigenem Willen dem Weg zur Quelle der allumfassenden Liebe bis hier gefolgt. Du hättest einfachere, leichtere Wege beschreiten können, hast dich jedoch nicht ablenken und vom Weg abbringen lassen. Das erfordert Mut und Beharrlichkeit. Du hast beides bewiesen. Nun ist dein Weg fast beendet und du wirst die Quelle bald erreichen. Was geschieht dann? Was hast du dann vor? Wohin führt dich dein neuer Weg? Hast du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht? Du schaust in das Feuer und gehst in dich. Du schließt die Augen, füllst in dich hinein und suchst nach den Antworten zu Misais Fragen. Als du die Augen wieder öffnest, siehst du ihn die erwartungsvollen Augen der Schamanen. Du antwortest ihr. Ich weiß, dass ich durch das Erreichen der Quelle meinen Weg nicht beenden werde. Dieser Weg, den ich gegangen bin, war lediglich der Anfang eines neuen Lebens. Ich hatte mich schon oft gefragt, was geschieht, wenn ich die Quelle erreiche. Ob ich dann sterben werde, weil ich doch das Ziel erreicht habe. Und ja, etwas stirbt. Es ist meine alte Persönlichkeit, die stirbt. Die Persönlichkeit, in der ich das jetzige Wissen nicht hatte und daher auch nicht so agierte, wie es hätte sein sollen. Es war nicht falsch, denn ich wusste es nicht anders. Auf dem Weg zur Quelle hat die alte Einstellung bereits gelitten, da ich altes Wissen wiedererlangte. An der Quelle stirbt sie, da meine neue Persönlichkeit geboren ist. Meine Aufgabe wird es dann sein, durch mein Vorbild, durch meinen Umgang mit allem auf der Welt, mit der Liebe, die ich allem und jedem entgegenbringe, neue Lichtarbeiter zu finden und diese auf dem Weg zur Quelle, den Weg, den ich dann beendet habe, zu begleiten. Ich werde der Wegbereiter, aber auch die helfende Hand, der Unterstützer sein, den der Lichtarbeiter auf seinem Weg benötigt. Wir sind alle eins. Wir sind Energie der Quelle, die verschiedenen Formen angenommen hat. Wir sind nicht nur eins mit der Welt, wir sind auch eins mit dem Universum. Wir sind reine Liebesenergie der Quelle. Wenn wir das gelernt und eingesehen haben, werden wir auch wieder eins werden mit Lady Gaia, der Mutter Erde, und werden ihr mit dem nötigen Respekt entgegentreten. Ich möchte ein Teil des Ganzen sein. Wir sind alle Staubkörner im großen Universum. Niemand ist besser oder größer als der andere. Misaena Himana hört dir genau zu und nickt zustimmend. Du hast es erfasst. Wir sind alle nur ein Teil des Ganzen. Wir müssen lernen, wieder auf Lady Gaia zu hören. Die Menschen wundern sich, wenn es Naturkatastrophen gibt. Dass diese aber sehr oft durch Menschenhand ausgelöst werden, darauf achtet niemand. Warum zum Beispiel muss ein Flusslauf begradigt werden? Man nimmt dem Wasser die natürlichen Barrieren und wundert sich dann, wenn es ungebremst und mit hoher Wucht über die Ufer tritt. Wie ist es im Amazonasgebiet? Machtgierige Menschen lassen den Urwald abholzen oder abfackeln und vergessen dabei, dass dieses Tun Auswirkungen auf das Klima hat. Das Amazonasgebiet wird die Lunge der Erde genannt. Es ist die Lunge von Lady Gaia. Der Machtgierige kümmert sich aber nicht darum und hört nicht auf die Rufe der Menschen, die verstanden haben, dass der Klimawandel mit diesem Tun zusammenhängt. Die Natur ist stärker als der Mensch glaubt. Schau dir einmal verfallene Ruin der Azteken an. Die Natur holt sich das zurück, was der Mensch ihr genommen hat. Mit der Zeit hat der Urwald die Bauruin überwuchert und es wachsen wieder Bäume und Sträucher. Die Tierwelt hat die Ruin als neuen Lebensraum übernommen. Du hast es verstanden. Du hast bereits viele Erkenntnisse gewonnen und verinnerlicht. Du hast die Stimme von Lady Gaia gehört und folgst ihrem Ruf. Morgen früh wirst du die letzte Etappe mit deinem letzten Begleiter absolvieren. Ruhe dich aus und freue dich auf den morgigen Tag. Ich werde noch etwas Sandelholz, Salbei und heiliges Holz ins Feuer legen. Wenn du morgen erwachst, folge deinem Begleiter. Schlafe gut und bleibe auf deinem Weg.